Bereits seit Jahren gibt sich der deutsche Skirennläufer Fritz Topfer im Rahmen des Winterfinish seines Kopfsponsors Obergurgel-Hochgurgel ein Stelldichein im Diamant der Alpen, um bei einem Meet & Greet sich mit seinen Fans auszutauschen. Wir schließen ja mit unserem Skifinish Firm Fun & Fire die letzten zwei Wochen der Wintersaison ab, sind heute mit Fritz Topfer, unserem DSV Skistar, heute am Top Mountain Crosspoint und bieten den Gästen ein Meet & Greet an. Weiter im Rahmen des Skifinish Firm Fun & Fire war heute auch die Hüttenrallye an zwei Punkten, einmal an der Hohe Mut Alpen und einmal am Top Mountain Star, wo wir gemeinsam mit unseren Gästen die Musik genießen und den Ausklang der Skisaison feiern. Genau, das ist im Endeffekt das Skifinish, was im Endeffekt für mich oder auch für Obergurgel-Hochgurgel als Ende der Saison bedeutet und das ist im Endeffekt der Schlusspunkt einer Wintersaison immer. Leider war es bei mir heuer so, dass ich nicht rennmäßig Skifahren habe können, weil ich eine Verletzung hatte, aber das ist für mich dann sozusagen ein Startpunkt, dass ich auch wieder Motivation schöpfe, dass ich die kommende Vorbereitung wieder optimal nutze, um nächstes Jahr wieder fit an den Start gehen zu können. So freuen sich der deutsche Skirinläufer mit Tiroler Wurzeln und seine Ötztaler Partner heuer besonders über das Saisonsende, da die Kooperation zwischen Obergurgel-Hochgurgel und dem DSV-Läufer sozusagen im Rahmen des Skifinish für weitere zwei Jahre fixiert wurde. Es ist erst einmal so, dass es schon eine sehr schöne Begebenheit ist, weil wir jetzt schon seit einer Woche Gott sei Dank den Vertrag für zwei weitere Jahre in Obergurgel-Hochgurgel verlängert haben. Ich bin extrem happy, dass ich eben nach wie vor so einen starken Partner an meiner Seite habe und das ist im Endeffekt so ein kleiner Kick-Off für die kommenden zwei Jahre. Fritz Topfer ist sicher einer Top-Sportler Deutschlands. Unsere Gäste sind die meisten aus Deutschland, wo wir uns natürlich sehr freuen. Ja, er ist ein sehr sehr sympathischer Bursche, ein wirklich professioneller Trainierer, Sportler etc. Ja, ich glaube das passt sehr zu uns. Wir sind ja auch eine sportliche Destination und wie gesagt wichtig ist, ich glaube wir sind als Skigebiet sympathisch. Herr Topfer ist als Sportler sehr sympathisch und diese Symbiosen alles zusammen, glaube ich, macht uns zu einem Winning Team und beide, glaube ich, profitieren davon. Seit 2011 sind wir Partner von Fritz Topfer, der uns in aller Welt perfekt vertreten kann und der auch perfekt zu unserer Marke Obergurgel-Hochgurgel passt. Ebenso freut man sich im hinteren Ötztal über das gelungene Skifinish mit purem Skivergnügen bis zum Ende des Winters. Das Skifinish in Obergurgel-Hochgurgel ist bei unseren Gästen deshalb so beliebt, da man bis zum Schluss, bis zum 1. Mai perfekte Bedingungen vorfindet und den Sonnenskilauf so richtig noch genießen kann. Also man muss ja sagen, dass wir das wirklich über Jahre jetzt schon geschafft haben, dass wir einfach perfekte Bedingungen hier haben und unsere Gäste wissen das eigentlich über Jahre schon und dadurch haben wir wirklich damit einen tollen Erfolg. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Wie gesagt, wir machen das über Jahre schon und können sich die Gäste verlassen. Und wer heute hier abgereist ist und heute hier Ski gefahren ist, glaube ich, hat einer der schönsten Skitage noch des ganzen Jahres miterleben dürfen. Also klappt das sehr gut für uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017